Guten Tag, mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich präsentiere Ihnen Indubio, den Podcast für besorgte Bürger und Deutschlandverzweifler, an einem historischen Datum, nämlich dem 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung. An diesem 3. Oktober 2020 wollen wir über dieses Deutschland reden, das schon in früherer Zeit so manchen um den Schlaf gebracht hat und dass der Welt und sich ein großes Rätsel ist. Zu dieser Diskussion begrüße ich Vera Lengsfeld, Cora Stephan und Bernhard Lassan. Vera, du warst schon einige Jahre vor dem Mauerfall in der DDR politisch aktiv, wurdest aus der SED ausgeschlossen, wurdest bespitzelt und drangsaliert. Dann kam 1989, du saßt als Bürgerrechtlerin mit an dem berühmten runden Tisch. Dann bist du als Parlamentarierin in den Deutschen Bundestag gewählt worden und zwar für die Grünen, die damals noch den Zusatznamen Bündnis 90 trugen. Und zum Schluss bist du zur CDU übergetreten. Bist du eigentlich immer noch CDU-Mitglied? Ja, ich bin immer noch CDU-Mitglied. Ich denke eher zum Ärger mancher CDU-Funktionäre. Aber ich unterstütze die Werteunion, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine konservative Partei in Deutschland brauchen, die einen Ausgleich bietet zu der hauptsächlich rot-grün-linken Politik, die im Augenblick gemacht wird. Und die, da werden wir vielleicht jetzt noch einiges zu reden haben, ja in manchen Schattierungen an einiges erinnert, was aus der Vergangenheit bekannt vorkommt. Die Schriftstellerin Cora Stephan hat einen Wenderoman geschrieben, der dieses Jahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Er heißt Margos Töchter und beleuchtet die Seelendramen, die sich unter dem bleiernden Staatsmantel abgespielt haben. Cora, du bist ja eigentlich ein Westgewächs, wie es im Buch steht. Studium in Frankfurt, Lektorin, Rundfunkmitarbeiterin, dann Politikredakteurin beim Bonner Büro des Spiegel. Wie bist du zu deiner DDR-Sensibilität gekommen? Es heißt Frankfurt am Main in diesem Fall für uns Wessis. Es gibt nämlich noch ein Frankfurt an der Oder. Genau, die ist nur ganz, also früher habe ich natürlich auch immer Frankfurt gesagt, das geht heute nicht mehr. Wie ich dazu gekommen bin, aus mehreren Gründen, also meine Eltern kommen aus Thüringen, 47 in den Westen rüber, lange Zeit einquartiert gewesen, wie das halt so ist. Meine Familie allerdings hat sich nie als irgendwie Flüchtling oder Vertrieben oder sonst was bezeichnet. Die wollten in die Zukunft blicken nach vorne und nicht nach hinten. Aber wir hatten Verwandte in der DDR und wir haben Päckchen nach drüben geschickt. Und das war aber auch alles wirklich von Herzen und sehr ernst gemeint. Also man macht ja immer da so seine Witzchen drüber, die Päckchen nach drüben. Aber für meine Mutter, die einen sehr engen Kontakt zu ihrer Mutter hatte, die in Nordhausen im Harz geblieben war, war das, das war eine Herzensangelegenheit natürlich. Das war das eine. Das andere, ich bin 1990 wirklich wie ein Dackel mit aufgestellten Ohren und wehendem Schweif nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen, zu einer Bürgerrechtlerin namens Regine Marquardt. Die hatte da ein kleines Blatt rausgegeben, den Mecklenburger Aufbruch. Und ich habe dadurch doch recht hautnah mitgekriegt, wie so ein Gemeinwesen sich auflöste. Also ich war nie eine Freundin der DDR, überhaupt kein bisschen. Aber das ist schon, das ist natürlich schon eine andere Sache, wenn du einfach siehst plötzlich, was nicht mehr geht und was noch nicht geht. Und wenn du dann das tust, was du als Spiegelredakteurin gewöhnt warst, du rufst mal ganz schnell hier im Finanzministerium von Bonn an und sagst, was ist denn hier los, Leute. Erstens, das war nicht so einfach mit dem Telefonieren. Und zweitens, ich wurde als Ossi-Mädel behandelt, was von nichts eine Ahnung hat. Das war ich so nicht gewöhnt. Und später habe ich profitiert von diesen feinen Ohren meiner Freunde aus der ehemaligen DDR. Die reagieren ganz, ganz genau auf falsche Töne. Und darauf verlasse ich mich mittlerweile weit mehr als auf die gottselbstgefällige Art vieler im Westen. Alte Freunde, die damals gesagt haben, oh, wenn die jetzt aus dem Osten zu uns kommt, dann wird das alles protestantischer und steifer und was weiß ich auch immer. Ich habe ein anderes Erlebnis und das ist, ich verlasse mich auf die Sensibilität von Menschen, die die DDR hinter sich haben und im Moment in vielem des Vereinten Deutschland wieder etwas wiedererkennen, was ich mittlerweile auch tue. Es ist erstaunlich, was hier plötzlich wieder hervordringt vom Wort Kulturschaffende bis sonst wohin. Also allein das Wort Kulturschaffende, da kriege ich schon das Gruseln. Oder wir sind, oder da komme ich zum wir, ja, ein Berliner Werbespruch. Was da wieder so hervorkommt, das gruselt mich, das muss ich sagen. Ja, da hat schon ein Kulturschaffender mitgekichert gerade. Bernhard Lassan, auch Schriftsteller, auch Jahrgang 51, wie du Cora, wie ihr alle. Vera ist ein bisschen jünger, Jahrgang 52. Und Bernhard, du hast auch so eine Fluchtgeschichte eigentlich mit der Familie hinter dir. Ihr habt rübergemacht, ja, in einem sehr frühen Stadion, ihr wart Flüchtlinge. So ist es. Ich habe übrigens das Buch von Kora gelesen und übrigens gerne gelesen und... Das wollen wir hoffen, das ist die Bedingung, hier mitreden zu dürfen. Freut mich. Nein, ich habe sogar selber einen Roman geschrieben über diese Flucht und über mein Deutschland sozusagen. Der ist allerdings noch nicht erschienen, der ist erst letzte Woche fertig geworden. Also dazu kann ich noch gar nicht mehr sagen. Und es stimmt, ich bin rübergemacht worden oder wie ich immer gerne gesagt habe, ich bin abgeschoben worden, weil ich noch im Kinderwagen saß. Also ich habe angeblich immer Personalausweis, Personalausweis gesagt. Das war so ziemlich das Einzige, was ich sagen konnte. Damals, als ich dann abgeschoben wurde und das war so ganz kurz vor dem 17. Juni gewesen. Also damals ging das noch. Die Mauer war ja noch nicht da. Und ich habe deswegen immer ein hin- und hergerissenes, halbseitiges oder nicht halbseitendes, aber halbzerrissenes Verhältnis. Ich mochte die DDR immer sehr gerne. Hab die immer als meine Heimat angesehen. Bin da immer hingefahren, zu Oma und Opa und zu meiner Cousine. Das war immer die richtige Heimat für mich da, wo ich geboren war. Als das ging? Oder ging das Thema? Ach, das ging sehr lange. Bei mir auch. Es ging sehr lange. Also ich hatte den merkwürdigen Status, dass ich Bürger der DDR war, vorübergehend wohnhaft in der BRD. Das war ganz seltsam. Oh, das ist interessant. Das ist, glaube ich, eine gewisse Ausnahme. Und erst, als es dann so weit ging, dass ich so Wahlbenachrichtigungen kriegte, als ich so 17 war, da habe ich meine Zeit lang meine regelmäßigen Ausflüge in die Heimat, sozusagen in meine Vergangenheit unterlassen. Und habe dann später wieder auf neue Art und Weise Kontakt geknüpft, weil ich mit den Liedermachern und dem Festival des politischen Liedes in engen Kontakt war. Ich habe ja auch eine Liedermacher-Vergangenheit. Also insofern habe ich immer zwischen den Welten gelebt und habe immer die DDR verteidigt. Ich war allerdings auch jederzeit bereit, die DDR zu kritisieren und habe sie immer gemocht. Und genauso ging es mir mit dem Westen. Ich war auch jederzeit bereit, Zeugenaussagen zu machen, um gegen den Westen zu sprechen. Und er hat mich aber trotzdem auch im Westen wohlgefühlt. Also ich kann tatsächlich beides. Ich bin sozusagen bi-deutsch. Oh, dieses Gemocht interessiert mich. Was war das, was du an der DDR am meisten gemocht hast? Ja, das ist möglicherweise etwas, wo ich mich vielleicht getäuscht habe oder wo ich vielleicht ein Ideal gesehen habe, das ich dann auch selber irgendwann mal ein bisschen kritisch fand. So als würde in der DDR meine ideale Vorstellung von einer Vergangenheit und einer eine Art Folklore-Seligkeit noch weiter. Also mein Opa hat Akkordeon gespielt, wir haben gesungen. Wir sind immer in den Wörlitzer Park gefahren und da fand ich, ich fand auch die Bücher eigentlich sogar ganz gut in der DDR. Die waren so billig und die waren so schön. Immer mit Schuhe habe ich die immer gekauft. Also ich habe darin etwas gesehen, was noch nicht vom kapitalistischen Westen gezeichnet oder geradezu verunstaltet wurde. Da waren nicht überall Werbeschilder von Kemmelfilter und es war nicht alles so schön bunt, wie Nina Hagen später sagen würde. Und in gewisser Weise hatte ich diese, als Kind hat man auch diese Kommerzkritik hat man ja sowieso. Als Kind hat man sowieso kein Geld. Da würde man das alles gar nicht haben. Da denkt man auch, man bräuchte kein Geld. Und ich habe auch als Kind natürlich nicht so sehr darunter gelitten, dass diese Meinungsfreiheit eingeschränkt war. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Ich musste immer als Besucher damals schon solche Gespräche über mich ergehen lassen. Also man wurde mal eingeladen als Westbesucher, aber es gab eine Tasse Kaffee und dann wurde einem erklärt, dass man schon an der Tagesschau und an der Wetterkarte merken konnte, dass der Westen imperialistisch ist, weil auch das Wetter für den Osten angesagt wurde. Okay. Ich habe die DDR natürlich auch verteidigt gegen meine Eltern. Die waren ja kalte Krieger und irgendwie wahrscheinlich, man weiß ja nicht, vielleicht sogar Nazis, faschistisch, wie man so denkt, wenn man so in der Pubertät ist und eigentlich lieber von jemand anders abstammen will. Da habe ich die DDR auch verteidigt. Aber in dem Moment hat das aufgehört, als die Einflussagenten auf uns aufmüpfige Jugendliche zukamen. Und ganz ehrlich, das war schon verrückt. Also von der evangelischen Kirche bis zu den Werkschaften waren wir plötzlich im Fokus von doch offenkundig sehr auf die DDR bezogene Leuten. Naja, das war doch ein Merkmal der Westlinken, dass sie die DDR als das bessere Deutschland empfunden haben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich kenne das. Und dann waren die aber abends immer ganz froh, kurz vor zwölf, wenn sie wieder über die Grenze nach Westberlin abhauen konnten. Und waren froh, dass sie das, was sie für das bessere Deutschland hielten, nicht aushalten mussten. Das ist schon irre. Also ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, jetzt aus aktuellem Anlass. Also regelrechte Propagandakampagnen beispielsweise des Sternen oder auch in der Zeit, wo plötzlich also die DDR wirklich als das bessere Deutschland dargestellt wurde. Ich habe das im Roman natürlich auch gnadenlos verwurschtet. Meine Perspektivagentin geht in den Westen. Und was trifft sie da? Keineswegs kalte Krieger, sondern alle Leute, die DDR so toll finden und gegen die Wiedervereinigung sind. Klar. Also das ist ja ein bisschen die Kinderperspektive, die wir jetzt gehört haben. Auch ich kann mich erinnern an diese Päckchen, die da geschickt worden sind, wie du es beschrieben hast, Cora. Ich kann mich auch noch an die Schikanen erinnern, die damit verbunden waren, weil diese Päckchen, die mussten desinfiziert werden. Also zum Beispiel in Frankfurt, Klammer auf, am Main, Klammer zu, da sind wir immer in die Uniklinik gefahren, weil dort gab es eine Stelle, wo man Kleider oder was immer man rüber schickte, desinfizieren lassen konnte und dann musste also eine offizielle amtliche Bestätigung beigelegt werden, dass die Klamotten desinfiziert worden sind. Vom Kaffee und der Schokolade ganz zu schweigen, die natürlich auch immer beigelegt werden mussten. Das war nicht von vornherein so übrigens. Das ist später eingeführt worden. Aber egal, ja, das gab es. Und wie. Hast du dich, als du jetzt diesen Roman da schriebst, in all diese Sachen nochmal eingefühlt? Ja klar. Ich habe mich da nochmal richtig reingesteigert. Ich meine, das sind zwei Frauen. Die eine West und die andere Ost sozialisiert. West, da konnte ich sozusagen aus eigener Erfahrung schöpfen. Das war relativ einfach. Ost, schwierig. Und wenn ich nicht so gute Freunde hätte, wie zum Beispiel Vera, die mich beraten, dann wäre ich sicher an manche Falle getappt. Und was macht man? Man spricht mit Leuten. Man recherchiert zum Beispiel das Frauengefängnis Hoheneck. Man spricht mit Stasi-Spezialisten wie dem Helmut Müller-Enbergs oder mit meinen Freunden vom Stasi-Museum in Berlin, mit Jörg und Christina Drieselmann. Und man liest Bücher von Hubertus Klabe. Ich meine, das ist schon wirklich, ich habe da jetzt nochmal reingeguckt, um zu schauen, wie war denn das mit den Einflussagenten im Westen. Manche waren das ja ohne von der SED bestellt zu sein. Die machten das Ding der DDR, ohne aufgefordert zu sein. Andere machten das richtig professionell. Mit einem war ich sogar befreundet, von dem ich zwar ahnte, dass er sehr DDR-affin ist, deshalb haben wir uns auch öfter politisch gestritten, saß im Bonner Spiegelbüro und der hat offenbar nachts Funkverkehr mit der DDR gehabt. Ich glaube mittlerweile, wir kennen, in welchem Ausmaß die SED den Westen infiltriert hat. Guillaume, ja das kennen wir alle, aber Guillaume war im Grunde Pipifax. Und dass sie hinterher auch noch geschwatzt haben, das hat natürlich jeder ordentliche HVA-Mann irgendwie verächtlich gefunden. Aber kommunizierende Röhren. Vom Westen ging Geld hinüber, vom Osten kam die Ideologie rüber. Also das finde ich immer noch spannend. Und im Roman ist das beides verbunden durch zwei Frauenschicksale, wenn man so will. Aber ich denke mittlerweile, wir waren sehr viel näher beisammen, als man sich so dachte. Naja, manchmal kam aber auch aus dem Osten Geld in den Westen, um irgendwelche linken Projekte und Zeitungen zu unterstützen. Ja, stimmt. Oder die RAF, ja. Ja, ich habe mir den Film über die Treuhand angesehen, jetzt eine Netflix-Serie, kleine Netflix-Serie. Also ich bin ja der festen Überzeugung, es war einer von der Stasi ausgebildeter Raffmann, der das gemacht hat. Aber so what, wir wissen ja es nicht. Ja, ich konnte immer ganz gut glänzen mit meiner DDR-Vorliebe im Westen. Insofern muss ich also allen recht geben. Das war tatsächlich so. Im Westen hatte man so ein bisschen Mitleid mit der DDR. Man hatte das Gefühl, wir im Westen haben den Krieg gewonnen und die im Osten haben den Krieg verloren. Und das ist natürlich so ein bisschen ungerecht. Und wir fühlten uns manchmal so ein bisschen schlecht dabei. Und es war uns ein bisschen peinlich, wenn wir mit den schönen Autos da rüber fuhren und die Schokolade dabei hatten. Und dann auch so die Matchbox-Autos mitgebracht haben, die dann einem so manchmal sogar geklaut wurden. Ich hatte mal welche mit, die wurden sogar Bierdosen geklaut, als ich mit dem Zug gefahren bin. Weil im Westen dann irgendwie die Plastiktüten, alles, was man aus dem Westen kam, war so heiß begehrt. Und man selber war im Grunde im Osten auch heiß begehrt als Wessi. Das war schon eine sehr ungewöhnliche Situation. Man hatte das Gefühl, man reist so ein bisschen in ein armes Land und genießt so die Vorteile davon. Und dennoch war es aber auch die eigene Familie. Und das gab einem ein schlechtes Gefühl dabei. Man hat das Gefühl, nicht gerade, dass man sie ausnutzt, aber auch, dass man so lebt, als müssten sie irgendwie die Fehler ausbaden, vor denen man selber verschont worden ist. Naja, das hat man ja dann zurückgekriegt. Also ich habe schon so von den Verwandten doch hinterher auch so Sätze gehört wie, warum habt ihr uns immer bloß die Seife Fahr geschickt? Meine Mutter sagte dann, ja, statt Roger Gallais. Ja, nein, weil es auf den Zetteln stand, auf den Winchzetteln stand. Ich bin übrigens auch von der Stasi angeworben worden, beziehungsweise die haben es versucht, mich anzuwerben. Insofern ist mein Verhältnis zur DDR nicht bloß ein reines Kinderzeitverhältnis, wo also die Kinderzeit, die Sonnenuhrzeit war, wo alles so wirklich im goldenen Glanz der seligen Erinnerung liegt, sondern die haben versucht, mich anzuwerben. Und das war auch so richtig konspirativ und machte mir irgendwie auch Spaß. Ich war fast ein bisschen beleidigt, dass sie erst meinen Bruder versucht haben und dann mich. Wie alt warst du da? Naja, da war ich schon so 20 fast oder so, also schon später. Und ich habe schon studiert. Also die haben nämlich gesagt, ich müsste einfach nur Studenten helfen. Na, wer will das nicht? Also die armen Studenten, ich sollte einfach nur an der Uni ein paar Sachen besorgen und so weiter. Und es war wirklich konspirativ. Ich sollte dann rausgehen und draußen stand da ein Trabi und wenn der die Scheibenwischer anmachen würde, dann sollte ich da einsteigen und ich würde dann erfahren. Und ich bin da nicht eingestellt. Warst du ein Trabi im Westen? Nein, nein, das war, als ich im Osten war. Die haben mir gesagt, okay, es gab eine Familie im Osten, die haben gesagt, so und jetzt um 15 Uhr gehst du mal kurz raus für die Tür und da steht jetzt ein Trabi und der macht dann die Scheibenwischer an, obwohl es gar nicht regnet. Und dann sollte ich mich reinsetzen. Und dann würde ich dann informiert werden. Und dann habe ich das aber nicht gemacht. Insofern, das war meine, damit hatte ich so einen Trabi. Die Chance, da hättest du heute wirklich was zu erzählen, ja? Ja, ich glaube, Bernhard hat noch was zu erzählen und ich will gleich darauf hinsteuern. Ich weiß nicht, ob du es jetzt erzählen möchtest, aber du hast es mir gegenüber ja mal angedeutet, dass man dich deinem Vater fast weggenommen hätte. Ja, das stimmt. Davon handelt auch das Buch. Also die tragische Geschichte ist nicht meine Geschichte, sondern es ist die von meinem Vater, der Lehrer war am Grauen Kloster, das damals ein berühmtes Gymnasium war, vielleicht auch immer noch ist, wo die DDR-Prominenz zur Schule ging. Und wir haben die besonderen Ansprüche an meinen Vater gestellt und wollten den vor der versammelten Klasse verhaften. Und mein Vater ist also geflohen und musste in den Westen fliehen und wusste nicht, wie er wieder Kontakt aufnehmen sollte zu mir und meiner Mutter, die ja noch im Osten waren. Und wir haben uns tatsächlich zufällig im Westteil von Berlin getroffen. Also man kann es eigentlich gar nicht glauben, diese Geschichte, die ist so unwahrscheinlich. Die ist natürlich nicht völlig unwahrscheinlich, weil mein Vater konnte irgendwie ahnen, dass meine Mutter vielleicht da hingeht in die Nähe vom Bahnhof Zoo. Aber es musste auch der richtige Zeitpunkt sein. Und der war ja nun wirklich nicht. Also es waren zwei wirkliche Unsicherheitsfaktoren. Berlin war ja doch vergleichsweise groß und dann ist die Zeit ja eben auch 24 Stunden lang. Also das war tatsächlich ein Glücksfall. Und was hat ihn gefährdet? Ich meine, was hat ihn zu einem Freiwild gemacht oder warum wurde er gejagt? Im Grunde nur die überhöhten Ansprüche, die an ihn gestellt wurden, die waren sogar ungerecht. Man hat ihm sogar Dinge unterstellt, die gar nicht gestimmt haben. Aber er war sogenannter Legalist. Das war jemand, der Dienst nach Vorschrift machte. Und er war Pazifist, was auch nicht gerne gesehen wurde. Man muss bedenken, dass die Zeit damals enorm aufgeheizt war. Also jedes nur kleine Zweifel an Stalin wurde auf härteste Weise bestraft. Und man hat an diesen Figuren, also die man als besonders wichtig empfand, weil sie eben Lehrer waren am Grauen Kloster, da hat man versucht, ein Exempel zu statuieren. Vera, wie war deine Schulzeit? Na, ich war in eben diesem Grauen Kloster, was aber zu meiner Zeit nicht mehr Graues Kloster hieß, sondern Zweite Erweiterte Oberschule, weil unter anderem Jan Karl Raspe, der auch Schüler am Grauen Kloster war und seine Freunde in den Pausen immer protestiert haben gegen diesen Namen und gefordert haben, dass der abgeschafft wird. Und später waren die stolz, dass sie die Letzten waren, die noch ein Abiturzeugnis gekriegt haben, wo drauf stand Gymnasium zum Grauen Kloster. Naja, und das Schulgebäude war an der Grenze. Damals gab es die Leipziger Straße noch nicht. Und von meinem Platz am Fenster aus konnte ich das Springerhochhaus sehen. Und dann kamen immer diese Nachrichtenbänder abends, wenn es dann oder nachmittags im Winter, wenn es dunkel wurde, wurden die Nachrichten nach Ostberlin gesendet mit so einem Laufband. Es war alles sehr spannend. Also ich konnte nach Westberlin gucken, aber das war ja weiter weg als der Mond. Aber du hast die Feindesbotschaften empfangen von Springer. Ja, wie gesagt, die konnten wir sehr gut lesen und da gab es auch keine Möglichkeit, uns davor zu schützen. Deswegen hat man dann später in der Leipziger Straße diese Hochhäuser gebaut, um das Springerhochhaus verschwinden zu lassen vor der Hochhauskulisse. Jetzt hast du ja durch deine, kann man das Dissidententätigkeit nennen? Oder wie bist du da reingeschlittert? Ich meine, von deiner normalen DDR-Existenz aus hat es irgendwie einen Bewusstwerdungsprozess gegeben. Der fing wann an? Naja, also meine Liebe zur DDR endete, als ich 17 war und den schönsten Jungen von Ostberlin getroffen habe. Und wir wurden ein Paar, sehr zu meiner Freude. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Junge für mich verbotenes Terrain war. Also der war der Sohn des jugoslawischen Handelsattachés. Die Eltern waren beide Tito-Partisanen gewesen, was mir ungeheuer imponierte. Meinen Eltern übrigens auch, denen ich das alles erzählt habe. Was ich nicht wusste, meine Eltern nicht wussten, ist, dass mein Vater als Offizier der Nationalen Volksarmee keinerlei Westkontakte haben durfte und seine Familie auch nicht. Und Jugoslawien, obwohl es ein sozialistisches Land war, galt intern als kapitalistisches Ausland. Und ich wurde eines Tages, als wir auf der Straße spazieren gingen, kam eine Volkspolizeistreife, hat uns angehalten, die Ausweise kontrolliert. Weil ich meine nicht mithatte, wurde ich auf Volkspolizeirevier gebracht. Dort stellte man fest, dass mein Vater in einer sogenannten Sperradresse wohnte, also zu den bewaffneten Organen der DDR gehörte. Die Volkspolizisten fuhren mich nach Hause, klingelten meinen Vater aus dem Bett. Das war inzwischen nachts. Er kam im Schlafanzug zur Tür und dieser eine Polizist sagte, Genosse Major, wir haben ihre Tochter mit einem kapitalistischen Element aufgegriffen. Wir sehen dieses Mal noch von einer Meldung ab, aber wenn wir ihre Tochter noch einmal mit einem kapitalistischen Element erwischen, dann wird das für sie Folgen haben. Ja, also das war das Ende meiner Liebe zur DDR, weil ich das nicht eingesehen habe. Und wie gesagt, die Eltern waren beide Tito-Partisanen, also wirklich ausgewiesene Kämpfer gegen die Nazis. Und ich durfte zu meiner ersten großen Liebe dann keinen Kontakt mehr haben. Also das war das Ende. Und dann habe ich im Studium der marxistisch-leninistischen Philosophie eine ganze Menge Leute getroffen, die sich mit den stalinistischen Verbrechen beschäftigt haben. Ich bekam die verbotenen Bücher, wir bildeten Diskussionszirkel und dachten, wir sind diejenigen, die das alles zur Kenntnis genommen haben und die das ändern werden. Deswegen bin ich auch in die SED gegangen. Also ihr wart die wahren Marxisten oder wie? Naja, gar nicht mal die wahren Marxisten, also jedenfalls nicht. Aber ihr wart Vogue, ja? Vogue heißt es heute. Nein, das war einfach, mein damaliger Mann sagte, pass auf, es gibt keine außerparlamentarische Opposition. Opposition ist in der DDR verboten. Wenn du was ändern willst, dann musst du in die Partei gehen. Und das haben, also diesen Irrtum bin nicht nur ich erlegen, sondern zum Beispiel Wolfgang Templin, den man vielleicht kennt, ein relativ bekannter Bürgerrechtler späterer, Also mehrere von uns sind dann in die Partei gegangen, weil wir dachten, wir müssen in diese Partei, um was zu ändern. War natürlich ein ganz großer Irrtum. Unsere polnischen und unsere tschechischen Freunde haben sowieso gesagt, ihr spinnt. Das klappt niemals. Sie hatten Recht. Wir sind dann auch nacheinander alle rausgeflogen aus der Partei. Also ausgeschlossen aus der Partei wurde ich aber erst, als ich schon zwei Jahre lang in der, was man heute Bürgerrechtsbewegung der DDR nennt. Wir nannten uns damals unabhängige Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsbewegung. Also ich war ja die Mitbegründerin des ersten Friedenskreises der DDR, des Friedenskreises Pankow im Herbst 81. Und zwei Jahre lang war ich sehr aktiv und 1983, dann bin ich deshalb aus der Partei ausgeschlossen worden. Ich hatte noch am Anfang überlegt, ob ich selber austrete, habe aber dann gedacht, nein, ich will drin bleiben, um zu zeigen, dass es auch Leute aus der SED gibt, die meinen, dass in der DDR etwas geändert werden muss. Ja, das endete dann 1983 mit meinem Partei rausschmiss und dem folgte auf dem Fuß Berufsverbot und die ganze Palette. Also wenn ich mit meinen naiven westlichen Ohren solche Geschichten höre und ich gebe zu, Vera, mir hat sich schon eine Gänsehaut gebildet auf der Haut bei dieser Erzählung von dem jugoslawischen Lover und deinem Vater und den Gefährdungen, die das plötzlich mit sich bringt, dann stelle ich fest, dass jegliches Leben fast so romanhaft aufgeladen zu sein scheint, was da in der DDR sich abgespielt hat, als ob ihr da in einer intensiveren Seinssphäre gelebt hättet. Also für den braven westlichen Gymnasiasten ist das alles so unvorstellbar, weil wir hatten eigentlich solche Allerweltsprobleme, die so banal und so dämlich sind, dass das alles dagegen abfällt. Was will ich damit sagen? Mich interessiert jetzt, als ihr euch gegen das Regime anfingt zu wenden, da gab es ja eigentlich nur eine Orientierung, nämlich den Westen. Oder wolltet ihr einfach von der DDR ausgehend eine bessere DDR machen? Naja, es war ja so, dass keiner von uns geglaubt hat und ich kenne niemanden, der vor dem Mauerfall geglaubt hat, dass die Mauer während unserer Lebenszeit verschwindet. Also konnten wir ja nur in den Grenzen denken, die uns gesetzt waren. Und wir haben uns voll darauf konzentriert, die Probleme in der DDR anzusprechen. Und da hatten wir schon genug zu tun und so kleine Lösungen zu finden. Und damit waren wir voll ausgelastet. An größere, an eine mögliche Vereinigung haben wir überhaupt nicht gedacht. Übrigens im Gegensatz zu unseren tschechischen Freunden, ich erinnere mich noch, dass 19, es war 87 glaube ich oder 86, weiß ich nicht mehr genau, da kamen zwei Leute von CARTA 77 uns besuchen. Wir waren damals glaube ich in der Wohnung von Gerd Poppe. Und die haben dann vorgetragen ein Papier von CARTA 77, wo drin stand, dass die deutsche Vereinigung der Beginn der Vereinigung Europas sein würde. Das war für uns ein völlig fremder, neuer und überraschender Gedanke. Dann haben wir vor lauter Schreck eine Arbeitsgruppe gegründet, um dieses Papier zu diskutieren. Und kamen am Ende aber zu dem Ergebnis, also da müssten sich unsere tschechischen Freunde aber getäuscht haben. Also wir können uns das, wir konnten uns das nur umgekehrt vorstellen, dass die deutsche Vereinigung der Schlusspunkt einer Vereinigung Europas sein würde. Naja. Naja, da war ja in Mitteleuropa so eine Bewegung, gerade weil du sagst 86, 87, da war dieser KSZE-Prozess im Gang. Und da haben Tschechien und vor allem auch Ungarn beispielsweise schon internationale Konferenzen, Kulturkonferenzen abgehalten, wo eben, das hieß glaube ich, Körbe. Man hat dann von Menschenrechtskörben und anderen Körben gesprochen. Das waren also Departierkomplexe. Ja. Ja, nein, das ging darum, dass das, was unsere Partei und Staatsführung im KSZE-Protokoll, also der Helsinki-Konferenz, unterzeichnet hatten, wozu sie sich verpflichtet hatten, das einzufordern. Wir haben immer gesagt, das reicht nicht, dass ihr diese Helsinki-Akte unterzeichnet habt, sondern wir wollen, dass das auch bei uns Realität wird. Und da waren die Tschechen, die Polen, die Ungarn noch sehr viel deutlicher als wir. Ja. Also was mir eben auffällt, Vera, wir haben das alles für unmöglich gehalten. Also wir im Westen natürlich auch, wie der Vereinigung. Gott, bei uns hieß das ja auch, also in den eher linken und sozialdemokratischen Kreisen, das ist reaktionär. Also man war weit von der Kurt-Schumacher-SPD entfernt. Aber was mir aufgefallen ist bei den Recherchen für das Buch, schon Ende der 70er Jahre hat man in der SED und auch bei der Stasi diskutiert, dass man kurz vor der Insolvenz steht. Und dass man aufpassen müsse, man könne unseren Menschen nicht weitere Einschränkungen zumuten, sonst würden sie außer Rand und Band geraten. Also die Vorstellung, das geht nicht lange gut, war schon da. Und das Verrückte ist ja im Nachhinein, die Bundesrepublik hat die DDR ja noch wirklich großzügig sozusagen unterstützt. Also nicht nur hat man ihnen die Menschen abgekauft, die DDR loswerden wollte, mitsamt den Kriminellen, die sie auch loswerden wollte. Man hat die Pflastersteine gekauft, die Kunstwerke gekauft. Und man hat, dank Franz Josef Strauß, ja auch Geld. Riesige Kredite gegeben, ja. Riesige Kredite gegeben. Ja. Ich meine, nun wäre damals, ich will jetzt nicht behaupten, die DDR wäre ohne westdeutsche Hilfe früher untergegangen, denn die Sowjetunion stand dagegen. Also ohne die SU war ja dann nichts möglich. Aber es ist doch schon irgendwie verrückt, oder? Naja, wir verdanken ja, wir verdanken ja Schalk-Golotkowski, den Devisenbetrafer der SED. Die Erkenntnis, er hat nach seiner Flucht in den Westen im Dezember 1989 noch zwei Interviews gegeben, bevor er für immer verstummte, jedenfalls für die Öffentlichkeit. Und in einem der Interviews hat er gesagt, die DDR wäre ab 83 pleite gewesen und hätte nur noch überlebt durch die Zuwendung aus dem Westen. Da kommen ja noch die Transitpauschalen und dass wir stilles EG-Mitglied waren, ja, also keine Zollschranken hatten in den Westen und so weiter. Nur das hat die DDR noch aufrechterhalten. Und ja, die Staatssicherheit, das weiß man ja jetzt, hat also spätestens schon im August 1989 mit der Aktenvernichtung angefangen. Und noch früher hat sie angefangen, Geld zu verschieben, also dort, wo Geld sicher ist. Aber dass es zu so einer schnellen Vereinigung kommt, das weiß ich nicht. Aber eins kann man sagen, die waren besser vorbereitet als jeder westliche Politiker. Denn der erste, von dem ich gehört habe, dass das das Ende der DDR ist nach dem Mauerfall, das war ein SED-Politiker oder Vordenker, der sofort am nächsten Tag gesagt hat, das ist das Ende der DDR. Und dann haben sie sich darauf eingerichtet, dass es das Ende der DDR ist und haben alles dafür getan, für sich zu retten, was zu retten war. Vor allen Dingen das Riesen-SED-Vermögen. Ja, das Raffinierte ist doch, die HVA, Schwert und Schild der SED hat dafür gesorgt, dass der Volkszorn sich auf die Stasi richtet. Und der Westen hat dann natürlich auch prompt mitgemacht. Das war das Allerschlimmste, die Stasi. Aber dass die SED fröhlich weitermachte, auch wenn sie sich PDS nannte und jetzt die Linke heißt. Ja, das ist das, was ganz schiefgegangen ist. Also die haben ja nicht nur den Volkszorn auf die Stasi gelenkt, sondern der Stasi ist es ja gelungen, den Volkszorn und das öffentliche Interesse fast ausschließlich auf die inoffiziellen Mitarbeiter zu lenken. Ja, genau. Es war immer von den inoffiziellen Mitarbeitern die Rede und nie oder fast kaum von den Führungsoffizieren und ihren Maßnahmen und Zersetzungsplänen. Und unsere Versuche, dazu gehöre ich auch, ich habe immer gesagt, die Maßnahmen und Zersetzungspläne der Staatssicherheit und die Führungsoffiziere sind das eigentliche Problem. Und die inoffiziellen Mitarbeiter sind etwas, wohinter sich die Führungsoffiziere und die Stasi versteckt haben und sehr erfolgreich. Und dann ist natürlich auch erfolgreich davon abgelenkt worden, dass die Stasi von der SED gelenkt wurde. Na klar, das hat so super funktioniert. Und das fällt uns bis heute auf die Füße. Deswegen ist die unbenannte SED heute schon in Thüringen Regierungspartei und die CDU ist in Thüringen die Wasserträgerin der unbenannten SED. Das ist schon völlig absurd. Ja, und wie viele ehemalige SED-Mitglieder sind immer noch in dieser Partei? Also das ist auch hochgradig erstaunlich. Also da gibt es eine Kontinität. Das ist immer noch die Mehrzahl. Ja, weshalb ich dann auch manchmal denke, okay, prima, also das ist eine Partei, mit der man regieren kann, ganz offenkundig. Frau Merkel hat ja auch zurück sofort gesagt, das muss man ändern, als es in Thüringen ganz kurz einen anderen Ministerpräsidenten gab, nämlich einen von der FDP. Das durfte nicht sein. Bernhard. Ich wollte es nur sagen, wir haben vorhin wahrscheinlich, ich habe das vielleicht vorhin so durchblicken lassen, als hätte ich die Stasi so ein bisschen romantisch dargestellt und es wäre das so ein Jugendabenteuer gewesen, wenn man von denen angeworben wird. Ich glaube, wir haben großen Fehler gemacht. Also jedenfalls ich rechne mich dazu, dass wir die Auswirkungen dieser Stasi-Tätigkeit überhaupt völlig unterschätzt haben oder irgendwie nicht wahrhaben wollten oder bereitwillig darüber hinweggeblickt haben, was das anrichtet in der Zerstörung des Vertrauens. Dass man ja niemandem mehr vertrauen konnte. Man konnte natürlich nicht nur den Medien nicht vertrauen, man konnte auch den Anwälten nicht vertrauen, man konnte den Doktoren nicht mehr vertrauen, man konnte seinen Lehrern nicht mehr vertrauen und letztlich dann auch nicht mehr den Familienmitgliedern, auch nicht mehr den Liebsten vertrauen. Man konnte überhaupt niemandem mehr vertrauen. Und diese vorsätzliche Zerstörung des Vertrauens, die die Stasi geschafft hat und zwar sozusagen wie so ein Sand, der sich überall ins Getriebe gesetzt hat, das ist glaube ich eine ganz, ganz furchtbare Auswirkung, die das gehabt hat, die man vielleicht, also ich jedenfalls nicht so richtig wahrhaben wollte und die ich jetzt erst so richtig wieder bemerke, wenn ich das Gefühl habe, sie kommt wieder zurück, sie ist wieder da. Und vorhin hast du was Tolles gesagt mit dieser intensiven Seinsphäre. Das ist so ein Wort, da habe ich ziemlich lange nach gesucht. Das ist wirklich eine schöne Beschreibung, denn es war was Faszinierendes an der Bevölkerung in der DDR und das ist nicht Ostalgie, das kann man so nicht beschreiben, sondern ich hatte echt das Gefühl, ich wusste dieses Wort nicht, intensive Seinsphäre, aber es war wie so ein existenzieller Kitzel. Die Leute haben wie auf der vorderen Stuhlkante gesessen. Ich dachte, die haben vielleicht einen höheren Blutdruck da drüben oder die schienen irgendwie einerseits lauter zu lachen und schneller zu weinen und man hatte das Gefühl, das ist irgendwie intensiver, wie sie lebten. Und darum hat man sie so ein bisschen beneidet. Das hatte fast so was von, naja, so müssten eigentlich Menschen leben, also so direkt und ohne. Ach, die menschliche Wärme. Ja, das haben sie ja alle gesagt. Im Westen haben sie alle von der menschlichen Wärme geschwärmt. Meine Güte, wenn du kein Telefon hast, dann musst du halt rübergehen, wenn du mit dem Freund sprechen musst. Das ist die menschliche Wärme, die war sofort weg, als es diese Notwendigkeit, diese Abhängigkeit voneinander nicht mehr gab. Der große Mythos der DDR, Vera, correct me if I'm wrong, ist diese Floskel von der menschlichen Wärme. Ja, natürlich, absolut. Denn das war dieses Beziehungsgeflecht, was man haben musste, wenn man ab und zu mal etwas haben wollte, was man nicht im Geschäft ohne weiteres kaufen konnte. Und da gab es Leute, die waren ganz geschickt und die hatten ein großes Beziehungsgeflecht. Es gab Leute, die hatten sehr viel weniger oder fast keine Beziehungen, so wie ich. Aber das ging ja bis dahin. Also ich erzähle mal eine eher lustige Geschichte. Es sind ja immer mal wieder Bücher in der DDR verboten worden, wegen irgendwelcher Stellen. Oder die sind dann nur, also in meinem Fall, den ich jetzt erzählen wollte, sind die dann gekürzt, um diese Stellen gekürzt dann doch noch erschienen. Und dann ging man zum Buchhändler, falls man diese Stelle hatte und sagte, hier, ich habe die Stelle, die oder die Stellen, die rausgestrichen worden sind, habt ihr das Buch. Und kriegte dann manchmal das Buch. Also ich weiß ja, dass, was Bernhard eben angesprochen hat, sehr oft als Beschönigung oder Idealisierung abgelehnt wird. Aber gleichzeitig hast du vorhin etwas gesagt, Cora, nämlich die falschen Töne, das feine Ohr, was die Menschen für falsche Töne dort hatten, was mir doch auch zu zeigen scheint, dass da gewisse Qualitäten, die wir möglicherweise heute vermissen. Und ich sage jetzt nicht, dass das Ostalgie ist, aber dass da einfach sowohl im sozialen Umgang als auch auf dem kulturellen Niveau etwas grundlegend anders lief, als wir es kannten. Ja, natürlich, meine Güte. Also wir hatten ja nicht das Gefühl, wegen einer falschen Meinung verfolgt zu werden. Davon mussten wir ja keine Angst haben. Im Gegenteil. Also wenn ich mich erinnere, was wir für einen Unsinn gemacht haben als Schüler, also Streiks gegen Fahrpreiserhöhungen bei der S-Bahn oder bei den Bussen beim öffentlichen Verkehr, wie lächerlich das anmutet. Dieses Gespür für falsche Töne ist vielleicht wirklich etwas, was man aber nicht als Geschenk, ich meine, aus der Not geboren. Ich weiß nicht, ob man das positiv umdeuten kann, keine Ahnung. Ich gebe aber zu, ich verlasse mich darauf, auf dieses feine Gespür meiner Freunde, die die DDR noch erlebt haben. Jetzt würde mich Folgendes interessieren von dir, Vera. Also im Osten, man ist unzufrieden, man versucht die Sache zu verbessern. Man stellt fest, es klappt nicht. Und man hat, Bernhard hat es ja eben gesagt, ständig diese generalisierte Vertrauenszerstörung, die einen härter macht oder auch seelisch mitnimmt, je nachdem. Man hat aber auch keine Hoffnung, dass es irgendwie von außen was gibt. Also es kommen zwar Päckchen aus dem Westen und es kommen immer diese hohlen Phrasen von westdeutschen Politikern über unsere Brüder und Schwestern in Ostdeutschland, aber man weiß, da wird keine Hilfe kommen. Und dann erlebt ihr auch noch, dass die Intellektuellen in Westdeutschland durch die Bank die Sache ganz anders sehen, nämlich eigentlich die DDR toll finden. Oh ja, furchtbar, ehrlich gesagt. Ich schäme mich dafür im Nachhinein, wirklich. Die habe ich immer besonders geliebt. Wenn wir mal mit denen diskutiert haben, zu mir gesagt haben, naja, was regst du dich denn auf, dass du nicht ausreisen, nicht aus der DDR raus kannst. Ich werde ja auch in den USA nicht reingelassen. Und es ist ja auch nicht besser. Ja, ja. Da fällt dir gar nicht auf, dass es da einen kleinen Unterschied gibt, ob man irgendwo nicht rausgelassen wird oder in einem anderen Land nicht rein. Naja, also die, wie gesagt, die habe ich immer besonders geliebt. Aber ich wollte mal noch was sagen zu diesem Vertrauensverlust. Also man darf die Sache auch nicht dämonisieren. Also jeder, da musste sich natürlich dazu verhalten, dass es die Staatssicherheit gab. Und wenn man sich entschloss, aktiv zu werden gegen die DDR, dann doppelt und dreifach. Und jeder hat die Sache auch für sich selber lösen müssen, wie er damit umgeht. Ja. Aber also, dass jetzt hier flächendeckend das Vertrauen im privatesten Bereich oder so weiter zerstört worden wäre, das ist ja nun wirklich glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Sondern wir hatten unsere Freundeskreise und unsere Familien, wo es dieses Vertrauen gab und wo die auch nicht reingekommen sind. Aber es wurde doch auch enttäuscht, Vera. Ich meine, deine Biografie ist doch ein Beispiel dafür, oder? Dass dieses Vertrauen enttäuscht wurde. Ja. Also das ist jetzt komplexer. Es hat nicht mein Vertrauen in die Menschen zerstört, überhaupt nicht. Sondern ich habe das immer als die Folge eines Systems betrachtet, was ich sowieso abgelehnt habe. Also habe ich auch die Folgen, die dieses System gehabt hat, abgelehnt. Aber mein Vertrauen zu anderen Menschen ist dadurch nicht beeinträchtigt worden. Allerdings, weil du von den Tönen sprichst, die vielleicht wir ehemaligen DDR-Bürger besser vernehmen, wenn ich mir die heutige Situation angucke, diese breite Denunziationsbereitschaft, die sich hier entwickelt hat in den letzten Jahren, das macht mich dann schon betroffen. Und ich habe manchmal gesagt, die alten Stasi-Offiziere, die müssten doch Tränen der Wut in den Augen haben. Denn die mussten ihre inoffiziellen Mitarbeiter immer sehr gut behandeln. Die mussten sich heimlich mit ihnen treffen. Die mussten die bei Laune halten. Die mussten mit denen bei Bedarf auch Psychotherapie betreiben. Heutzutage werden die Denunziationen anders und freiwillig geliefert. Und das ist doch ein furchtbares Phänomen. Also mir ist schon klar geworden, wenn ich dir zuhöre, Vera, dass es auch eine individuelle Frage ist, natürlich, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Und ich glaube ja, dass auf einer Skala der Resilienz von eins bis zehn, du ungefähr bei 30 liegst. Das glaube ich auch. Und ich muss hinzufügen, Vera, dass mich deine eine Bemerkung, die du mal gemacht hast, dass du gesagt hast, gerade im Hinblick auf dein persönliches Drama da, nicht der Mensch wäre schlecht, sondern das System oder die Gesellschaft, die ihn dazu gebracht hat, wäre schlecht. Du hast glaube ich System gesagt, als alte Rousseau-Leserin oder Gesellschaft gesagt. Das hat mich damals wirklich sehr beeindruckt. Und du hast damit auch was gesagt, was ich übrigens auch gerne mal bei anderen Gelegenheiten angewendet habe. Das ist eine Entschuldigung des Menschen. Und man muss tatsächlich auch richtig das sehen. Vielleicht ist im Menschen etwas vorhanden, dass er dazu neigt, dass er schwach ist, dass er übrigens auch nicht irgendwie bezahlt wird dafür, dass er jetzt bei der Stasi mitarbeitet, sondern dafür bezahlen muss. Weil er ja schon Opfer gebracht hat, müssen sich die Opfer auch gelohnt haben. So ist, glaube ich, die Attraktivität dieses Denunziantentums. Aber es gibt eben auch was im Menschen, das sehr hellhörig ist und das dem widerspricht. Und wo er weiß, hier verstoße ich gegen etwas Menschliches, wenn ich das mache. Und dieses Gespür ist nicht nur bei dir und ich glaube bei anderen eben noch da gewesen. Und ich habe immer ein ziemlich schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mit ansehen musste, dass ich jetzt zwar mutig da meiner Stasi-Anwerbung widerstanden habe, dass aber mein Onkel das anschließend Nachteile hatte, dass meine Cousins und die Verwandten das im Grunde ausbaden mussten, dass ich da nicht richtig mitmachte. Und dass ich immer sozusagen das Gefühl hatte, ich dürfte mir Freiheiten ausleben und die anderen mussten dafür draufzahlen. Ich war bei meinem Buch auf der Suche nach dem Bösen. Und ich hatte einen, den Führungsoffizier, einer der beiden Frauen, also der Ostfrau Clara. Und habe lange damit mir gerungen. Ja, ja, zum Schluss auch gerechterweise gewaltsam zu tun. Ah, Moment, Moment. Kein Spoiler, bitte. Oh, ja, ja, ja. Nein, also schon im ersten Buch habe ich versucht, den für mich zu fassen. Und Freunde haben gesagt, nee, nee, der hat nicht erpresst. Der hat keinen Druck ausgeübt. Der hat verführt. Ja. Und die dollste Verführung für Ost wie West war dieses Frieden. Wir wollen Frieden. Und die Leute, die von der DDR in den Westen geschickt wurden, hießen Kundschafter des Friedens. Das ist einfach genial. Ja. Und dem kannst du kaum widerstehen. Erstens, wir sind doch Brüder und Schwestern. Und zweitens, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen Frieden. Und zwar Weltfrieden. Damit bist du verführt. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Damit bist du natürlich auch verführt. Dem kannst du kaum widersprechen. Mir hat mal eine eindeutig irgendwie der DDR zu geneigte Westfrau gesagt, ja, aber man kann doch nicht gegen Humanismus sein. Ich habe mich gegen dieses Wortgeklingeln gewehrt. Ja, man kann doch nicht gegen den Frieden sein. Man kann doch nicht gegen die Menschheit sein. Und so weiter und so fort. Also all diese großen, großen Worte, die binden natürlich, ganz klar. Okay. Lasst uns zum Schluss noch einmal auf das Jahr 90 blicken, weil das ist ja jetzt auch der Anlass des Jubiläums. Dieses Jahr 90 war das Verrückteste, glaube ich, was man überhaupt erleben kann als Staatsbürger. Ich habe es als Besucher der Leipziger Messe, der Leipziger Buchmesse im Frühjahr 90 erlebt. Ich saß in einer Swiss Air Maschine und der Pilot sagte, wir haben jetzt zum ersten Mal die direkte Landeerlaubnis bekommen. Das geschah mitten in der Luft. Wir mussten nicht mehr über Tschechien oder Tschechoslowakei, wie es ja damals noch hieß, reinfliegen, also von Osten her im Tiefflug kommen, sondern wir konnten direkt in Leipzig landen. Und dann war das wirklich unglaubliche Spektakel. Es gab keine Grenzkontrolle, es gab keine sichtbare Polizei, die waren irgendwie alle nach Hause gegangen oder gar nicht mehr zum Dienst erschienen. Es gab die ersten Plakate von, ich glaube, Sony oder irgendwelchen kapitalistischen, erzkapitalistischen Großkonzernen. Und ansonsten so eine Stadt, die ja wie in einem Gruselfilm so vor sich hindümpelte. Man wusste eigentlich gar nicht, was aus diesem Staat wird. Und das hat sich dann erst alles im Laufe dieses Jahres 90 herausgestellt bis hin zum 3. Oktober, wo es dann tatsächlich besiegelt wurde und wo unsere Großschriftsteller Günther Gras und so weiter gesagt haben, nein, wollen wir nicht. Das ist mir heute noch peinlich. Das tut heute noch, wie ehrlich gesagt. Das nehmen sie uns heute noch übel. Nein, wirklich. Das hat die Gras und Co. und die Linke den Bürgerrechtern immer übel genommen, dass sie gegen die schöne DDR gekämpft haben und dass dann die DDR-Bürger sich das Recht rausgenommen haben, einfach zu sagen, nee, wir wollen keine demokratisierte DDR. Wir wollen die Vereinigung ohne Wenn und Aber. Das war der noch größere Fauxpas in ihren Augen. Und das haben sie uns nie verziehen. Nein. Bis heute nicht. Bis heute nicht verziehen. Nee, weiß Gott. Nein, Burkhard, du hast völlig recht. Es war ein so unfassbar spannendes Jahr. Also ich bin immer bei Schluthub über die Grenze, also im Norden. Und du konntest das ja sehen, wie sich diese ganze Grenzsituation veränderte. Also es war eine Straße, die war ausgefahren durch die LKW, die damals schon rüberging. Und erst guckten sie noch mürrisch und dann lächelten sie einen schon an und dann waren sie gar nicht mehr da. Aber wie gesagt, für mich war unglaublich beeindruckend und bedrückend zuzusehen, wie dieses im Grunde sichtbar marode Ding zerfranste und irgendwie sich in Nebel auflöste, bis sich irgendetwas Neues zusammensetzen konnte. Man muss sich vorstellen, all die Leute, die dachten, jetzt haben wir die Freiheit, jetzt machen wir unser Ding. Kriegten nicht die nötigen Sicherheiten, um zu investieren, kriegten bei der Bank natürlich auch kein Geld und hatten ja keinen Grundbesitz, weil man wusste ja nicht, wem was gehört und so weiter und so fort. Und es gab diesen rasenden Stillstand. Also ich finde das eigentlich irgendwie immer noch bemerkenswert, wie man diesen Bruch, wie einzelne Menschen diesen Bruch verarbeitet haben. Bernhard. Ich habe das ganze Jahr vor dem Fernseher gesessen, auf dem Sofa gelegen und geheult. Und meine Frau Dermans hat mich gefragt, was machst du denn da? Und ich habe gesagt, ja, nix, ich gucke Wiedervereinigung. Also für mich war das unglaublich bewegend und auffüllend und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also ich habe wirklich geheult. Das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, weil ich ja nun auch schon ein gewisses Alter erreicht hatte, aber so war das. Ja, 89 habe ich geheult, geheult, geheult. 90 war ich dann eben öfter mal drüben. Aber auch das war auch die erste freie Wahl, war unglaublich aufregend. Und dann sah man, wie enttäuscht die Bürgerrechtler waren, weil es dann doch die Kohlpartei gemacht hatte. Und die westdeutschen Intellektuellen sprachen natürlich von der Kolonisation und so weiter und so fort. Das Treuhanddrama. Ja, die Tristesse ging nicht so schnell weg. Nein. Okay, das wäre natürlich alles Stoff. Jetzt müssen wir eine neue Runde einberufen und die Frage diskutieren, die haben wir nämlich heute gar nicht angesprochen. Hätte man es anders machen können? Gab es, ich meine, Kohl hat das Ding einfach gewuppt, wie man jetzt sagt. Und es gab natürlich immer den Zweifel, ist das richtig so oder hätte man es anders machen können? Ich habe meine großen Zweifel. Also man hätte eine Sonderwirtschaftszone vielleicht einrichten können. Aber meine Güte, ich meine, sorry, diese beiden Teile Deutschlands sind eben Teile Deutschlands. Es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund, die Sache nicht wieder zusammenzustricken. Und das hatte natürlich Folgen, das ist ganz klar. Nämlich, dass die DDR-Wirtschaft, die eh schon marode genug war, natürlich nun gar nichts mehr zu sagen hatte. Die hatte nichts mehr zu bieten. Das Elend ist natürlich nur, man hat der Treuhand ja vorgeworfen. Abwicklung und Privatisierung und alles ganz schlimm. Nur, sorry, es gab so viel gar nicht mehr, was man hätte retten können. Und natürlich ist ja jeder Betrieb, ist ja sozusagen eine große Familie gewesen. Also an dem Betrieb hing alles Mögliche, was wir im Westen ja privat organisieren. Das Soziale, die Bibliothek, soziales Leben insgesamt hing an diesem Betrieb. Das ist ein Modell, das kannst du mit der Marktwirtschaft schlicht nicht verbinden. Also ich glaube, es liegt eine innere Logik darin, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber ich bewundere alle die, die das durchgestanden haben. 30 Jahre nach dem 3. Oktober 1990 haben wir uns hier erinnert und ausgetauscht über unsere Erinnerungen. Dafür danke ich Vera Lengsfeld, Cora Stephan und Bernhard Lassan. Das war die Ausgabe 64 von Indubio, dem Podcast für Vergangenheit und Zukunft, der sich mit Ihrer Hilfe, liebe Hörer, nicht unterkriegen lässt, obwohl wir längst eine weltweite DDR in Form ständiger Zensur- und Denunziationsmaßnahmen haben. Gerade wurde zum Beispiel unser Podcast Nummer 61 von Spotify wegen Hassrede gelöscht. Das war das Interview mit Birgit Kelle. Wer immer Indubio hört und noch alle Tassen im Schrank hat, der weiß, dass es hier in meinen Gesprächen nichts gibt, was auch nur entfernt als Hassrede qualifiziert werden könnte. Was es gibt, sind Schmutzkampagnen gegen uns und gegen mich, aber die müssen und werden wir mit Ihrer Hilfe, liebe Hörer, abwenden und durchstehen. Deshalb an dieser Stelle nochmal die Bitte und die Erinnerung, Ihre Spenden, Ihre Unterstützung sind wichtig. Meine Arbeit hängt davon ab. Am morgigen Sonntag gibt es ausnahmsweise kein Indubio, denn wegen des Feiertags haben wir die Ausgabe vorgezogen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin alles Gute wünscht Ihr Burkhard Müller-Ulrich. Bis dahin alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020